Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Lightroom Tutorial. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute geht es um den Orange & Teal Look. Was das genau ist, zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß damit! Der Orange & Teal Look ist im Moment sehr populär, besonders der YouTuber Sam Kolder hat ihn jetzt nochmal deutlich bekannter gemacht und inzwischen wird er auch so ein bisschen der Sam Kolder Look genannt. Tatsächlich ist es aber so, dass schon viele Hollywood-Produktionen diesen Look ewig lange benutzen und auch immer mehr Fotografen nutzen ihn, weil er einfach cool aussieht. Es geht darum, dass in den Lichtern viel Orange zu finden ist und in den Schatten viel Cyan- oder Blauwerte. Und das Coole an diesem Look ist, dass diese Blau- und Orange-Werte extrem gut miteinander harmonieren, denn das sind die sogenannten Komplementärfarben. Wenn du dir den Farbkreis mal anschaust, dann liegt Blau direkt gegenüber von Orange und dementsprechend harmonieren diese Farben sehr gut miteinander. Außerdem findet man diese Farben auch sehr häufig bei Sonnenuntergängen oder Sonnenaufgängen mit einem blauen Himmel, der dann so überläuft in einen Orangeton, wo die Sonne dann untergeht. Das sieht sehr, sehr cool aus und deswegen wird dieser Look auch sehr gerne verwendet, um so ein bisschen diesen Sonnenuntergangs-Flair zu simulieren. Und ich möchte dir in diesem Lightroom-Tutorial jetzt einfach mal zeigen, wie man diesen Orange-and-Tier-Look in Lightroom basteln kann und dann für sich selber noch ein bisschen optimieren kann, um ihn dann in sein Foto zu verwenden. Los geht's! Ich habe jetzt hier mal ein Foto rausgesucht, da war ich in New York mit meinem Kumpel zusammen und ich habe ihn da einfach mal auf der Straße fotografiert und ich möchte dir anhand dieses Fotos jetzt einfach mal zeigen, wie ich diesen Look hier anwenden kann. Dazu gehe ich hier in den Einstellungen mal direkt ganz nach unten auf die letzte Palette und zwar in die Kamerakalibrierung. Man kann diesen Look durch verschiedene Wege erreichen. Ich zeige dir jetzt mal den einfachsten, denn die Kamerakalibrierung hat hier tatsächlich sehr wenig Regler, die man verschieben kann, aber damit funktioniert es meiner Meinung nach schon am besten. Und zwar kann man hier die Primärwerte einmal von den Rotwerten, von den Grünwerten und von den Blauwerten einstellen und genau das ist das, was wir dafür brauchen. Ich fange mal an mit den Blauwerten, die schiebe ich jetzt hier einfach mal in dem Farbton ganz nach links. Und du siehst schon, wie sich jetzt hier die Farbe gerade von den Taxis so ein bisschen ändert. Hier kommt so ein bisschen mehr Blauton in die Schatten besonders rein, das sieht schon ganz cool aus. Dann werde ich als nächstes mal den Rotton hier komplett nach rechts schieben und du siehst, dass jetzt hier die Farbe der Taxis wieder so ein bisschen mehr Richtung Orange geht. Das sieht schon richtig gut aus und jetzt ziehen wir auch noch den Grünwert komplett nach rechts und das ist der Look. Aber natürlich war es das noch nicht so ganz. Wir können jetzt noch ein bisschen weiter gehen. Wir können zum einen hier die Sättigung der einzelnen Farbkanäle nochmal so ein bisschen anpassen. Das heißt, ich nehme hier immer gerne so ein bisschen Sättigung überall nochmal raus. Das kommt immer auf das Bild so ein bisschen an, da solltest du selber gucken, wie dein Foto aussieht und das selber bewerten. Da kann ich dir jetzt keine Standardvorgaben geben. Genauso wenig kann ich dir jetzt vorgeben, setze das immer bei Blau auf minus 100 und bei Rot und Grün auf plus 100. Da kann auch manchmal schon ein bisschen weniger reichen. So, ich gebe mir jetzt hier auch die Sättigung von dem Blau noch ein bisschen raus und so gefällt mir das schon ganz gut. Ich kann jetzt hier einfach mal das Vorher-Nachher zeigen. So sieht das Bild vorher aus und so mit diesem Farblook. Das sieht schon richtig gut aus. Und wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen verfeinern wollen, dann gehe ich jetzt hier einfach nochmal nach oben in die HSL-Palette und kann hier die Farbtöne von insgesamt acht Farbkanälen nochmal nachregeln. Und besonders möchte ich mich natürlich hier um die Orange-Werte kümmern. Die kann ich jetzt zum einen nochmal ein bisschen weiter Richtung Rot schieben oder ein bisschen weiter Richtung Gelb. Ich finde das hier ganz cool, wenn wir so ein bisschen weiter Richtung Gelb gehen, auf ungefähr plus 10. Und auch die Blau-Werte gucke ich mir nochmal an. Die kann ich entweder noch ein bisschen weiter nach links oder weiter nach rechts schieben. Und ich denke mal, ich schiebe die hier noch ein bisschen weiter nach links, einfach mal so auf minus 15. Und dann haben wir noch so ein bisschen mehr Cyan-Werte mit drin. Viele Instagram-User nutzen jetzt übrigens auch noch so ein bisschen diesen Faded-Look zusätzlich dazu, um das Ganze noch so ein bisschen zu optimieren. Das kann ich dir jetzt auch noch kurz zeigen. Dafür gehen wir in die Gradationskurve rein, nehmen hier die Schwarzwerte und pushen die einfach mal so ein bisschen nach oben. Dafür werde ich jetzt in den Schatten das Ganze wieder so ein bisschen abdunkeln hier. Dann nehme ich hier die Lichter und packe die wieder so ein bisschen weiter nach oben. Und die Weißwerte dunkel ich wieder ein bisschen ab. Dann haben wir hier so eine schöne S-Form drin. Haben dem Ganzen noch ein bisschen Kontrast gegeben. Und jetzt haben wir hier so einen richtig schönen Faded-Look noch mit drin. Jetzt kann man das ganze Bild noch ein bisschen nachschärfen hier, um das Ganze zu finalisieren. Ich nehme hier immer so einen Wert von ungefähr 90. Das sieht ganz gut aus. Ein bisschen ausmaskieren können wir das auch noch mit gedrückter Alt-Taste. Das kennt ihr alles. Wem das alles jetzt noch neu ist, guckt mal auf meinen Kanal. Die ganzen Lightroom-Tutorials, da erkläre ich das alles ganz genau, was ich jetzt hier gerade ein bisschen schneller mache. Ansonsten werde ich vielleicht noch eine kleine Vignette hinzugeben, um das ganze Bild so ein bisschen abzurunden. Und so gefällt mir das schon richtig gut. Natürlich kannst du das jetzt alles hier noch so ein bisschen anpassen, wie du es gerne hättest. Aber das ist das Grundprinzip vom Orange-Natee-Look. Das heißt, die Orange-Werte und die Blau-Werte, die sich als Komplementärfarben gegenüberstehen. Das sind die dominierenden Farben in dem Bild. Und das haben wir hier sehr schön rausgearbeitet. Ich zeige dir jetzt hier nochmal das Vorher-Nachher-Bild. So sah das Bild vorher aus. Ja, relativ Standard. Und jetzt haben wir dem Ganzen einen richtig schönen Look gegeben, was so ein bisschen cinematisch aussieht. Also, wenn dir das Video gefallen hat, drücke auf Gefällt mir. Abonnier den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Du kannst übrigens auch per Glocke das Ganze so aktivieren, dass du immer eine Push-Benachrichtigung aufs Handy bekommst, wenn ein neues Video draußen ist. Und ich freue mich, wenn du weiter mit am Start bist. Also, viel Spaß beim Bearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!